Prozent und das ist nicht mehr guck mal das sind die zwei Hunde von Marit und Therese das hier ist Dubi Hallo Dubi und dahin ist Lili das sind nämlich zwei Hunde geworden zwei Hunde zwei Katzen wie war das Mare? Zwei Hunde zwei Katzen zwei Kaninchen und zwei Vögel genau da oben ja ich hab zwei ganze Vogelfamilien alleine doch aber dem haben sie die Haare geschnitten der war letztens so ganz wuschelig genau ja Eis das macht nie Eis in Form von Süß sondern in Subet in Form von Säuerlich lege diese Pistole weg dann Kali Jürgen oa Bruno jetzt hat er mich nass gespritt der Schwein äh entschuldige ja Mensch ich will mir doch ja Mensch ich will mir doch ich weiß nicht jemand die Woche war ganz schön viel also nehmts mir nie über wenn ich besser komisch aussehe oder komisch rede oder so ja Familie nochmal Marek Tante Eri Gereze M klar und hier kommt die Mama okay Marek Marek willst du das ausrichten? Warte mal da müssen wir lau drehen und sehr heiß heute man hat nur geschwitzt aber Lisa hat gerade gesagt, es ist noch heißer genau wir hatten wieder hier ein schönes Rastgelabe hast du ganz lieb gemacht vom Peinchen alles genau okay tschüss 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 tschüss